Unsere moderne Welt ändert sich schneller denn je und wir müssen dranbleiben und uns stetig weiterentwickeln. Einen Beruf zu erlernen und darin in Pension gehen, das gibt es heute kaum noch. Das bedeutet lebenslanges Lernen und Weiterbildung, um Hochschulabsolvent, Innen- und Experten, Innen- und Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt zu unterstützen, hat die TU Wien die Academy for Continuing Education. Die Academy for Continuing Education ist ein Weiterbildungsinstitut, ein postgraduales Weiterbildungsinstitut der TU Wien, denn viele unserer Absolventen und Absolventinnen, weil sie gut ausgebildet sind, bekommen sie dann Führungsverantwortung und steigen die Hierarchie in Unternehmen oder Organisationen hoch. Und dann brauchen sie typischerweise zwei Weiterqualifizierungsaspekte, nämlich Management, Know-how und Leadership Wissen. Und das bieten wir ihnen. Das Angebot erstreckt sich über mehrere Masterprogramme und Universitätslehrgänge in den Bereichen Management, Immobilien, Nachhaltigkeit, Engineering, sowie verschiedene Kompaktprogramme, die gefragte Trends wie zum Beispiel Digitalisierung oder Nachhaltigkeit aufgreifen. Was unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer daher mitbekommen, ist vor allem die Vergrößerung ihrer Handlungsmöglichkeiten, denn sie müssen ja reichhaltig sein in ihrer Analysefähigkeit und je mehr Wissen sie haben und je mehr Möglichkeiten, auch Methoden sie kennen, um Entscheidungen zu treffen, desto besser. Und genau diese Reichhaltigkeit liefern wir ihnen. Der modulare Aufbau der Lehrgänge und themenaktuellen Kompaktprogramme ermöglicht bedürfnisgerechtes und praxisnahes Lernen, sowie die Vereinbarkeit von Beruf, Weiterbildung und Familie. Es wird auch in meiner Firma sehr geschätzt, dass ich Weiterbildung betreibe. Und wenn Change-Prozesse in einem Unternehmen anstehen, dann verlieren Techniker manchmal ein bisschen den Fokus auf das ganze Unternehmen. Dementsprechend ist für Techniker diese Ausbildung umso wichtiger und umso wertvoller. Bisher wurden über 2.400 Führungskräfte, High Potentials und Fachleute aus 94 Ländern aus- und weitergebildet. Ein ganz wichtiger Teil des Studiums ist natürlich auch der Erfahrungsaustausch mit den anderen Kollegen. Da kommt unheimlich viel Wissen aus anderen Branchen, aus anderen Firmen, aus anderen Unternehmen herein. Ja, denn solcher Abschluss und ein weltweites Netzwerk ermöglichen die Verwirklichung ihrer individuellen Ziele. Weitere Informationen auf www.tuwien.at. www.tuwien.at.